Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 305. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Herr Marvin und El Basti. Das war jetzt aber so, ich hab keinen Bock, ich will nicht. Genau so sollte sich das auch anhören. Ja, erstmal Entschuldigung für die Verspätung, wir hatten so ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel, Arbeitsdingens, fuck up und dann mussten wir ganz dringend noch über Wrestling reden und so ist das halt manchmal. Ja, Fußball am Wochenende, was will man großartig sagen? Wolfsburg lässt sich den dämlichsten Freistoß ever einschenken, der HSV ist der Undertaker der Bundesliga und Davy Selke ist der charmanteste Spieler, den es auf Gottes weiter Welt gibt. Müssen wir noch irgendwas beraten? Nö, ich würde sagen, du kannst Outro einspielen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. War schön mit euch. Ich hab's nervlich nicht geschafft, das Spiel zu Ende zu gucken. Ich war nach der Mittwochsnummer, war ich sowas von angespannt. Und spätestens nach dem 2-0, wir hatten Gäste da, ich hab gedacht, es gibt nur zwei Varianten. Entweder ich guck dieses Spiel jetzt zu Ende und fluche wie ein Rohrspot und die Leute kommen nie wieder zu Besuch. Oder ich mach den Fernseher aus und geh einfach wahnsinnig viel Bier trinken. Ich hab mich dann fürs Bier entschieden. Ich hab das auch gemacht. Ich bin nach dem 2-0 auch raus. Ich bin dann, während dem 2-0 schon raus, hab mich dann kurz hingehockt und dann bin ich zu Pia und Bewin zum Museum gegangen. Das ist auch besser so. Ich muss sagen, ich bin größer an die beiden. Das war mein Highlight. Abendsspiel, einfach die Zeit nach dem Spiel mit den beiden. Die haben mich dann sogar noch mitgenommen im Auto. Ansonsten, boah, was? Ich will über das Spiel gar nicht reden. Mal gucken, ob der Marvin irgendwas zu erzählen hat. Ja, so ein paar Dinge müssen wir ja schon durchgehen, was ja auch so ein paar Implikationen für das nächste Spiel hat. Also fangen wir vielleicht mal, lass uns mal zweiteilen, lass uns mal mit Hälfte 1 anfangen. Die zwei Dinger da irgendwie vorbeizuschießen, da gehört schon viel dazu, oder? Also ich fang erstmal ganz vorne an. Und zwar war ich am Wochenende, ich hab hier ja noch nichts gesagt, ich wollte jetzt eigentlich anfangen damit, dass ich ja am Wochenende mit dem Dennis bei einem Junggesellenabschied war und dass wir zum Glück schon freitags relativ angetrunken waren. Und das am Samstag sowieso ein bisschen nachhing, ja, um es mal so zu sagen, ja. Und dann war das auch so ein bisschen eine tote Zeit. Naja, wir wollten Bundesliga gucken, waren eigentlich schon ziemlich euphorisiert, aber irgendwie, naja, so richtig gut hat es da nicht funktioniert, ja. Und dann war die Laune relativ schnell im Keller, muss ich sagen. Weil du hast schon nach den ersten Situationen gemerkt, dass die Eintracht sich, also die Chancen zwar erarbeitet hat, wie du ja schon eben angedeutet hast, René, aber die musst du dann halt auch echt mal machen, ne? Also diese Leichtfüßelei, das ging mir schon ein bisschen auf den Keks, dass du zwei richtig gute Möglichkeiten hast, aber nicht in der Lage bist, die auch im Tor unterzubringen. Ja, vor allem, also man muss ja bei dem, das fragt habe ich sogar dann, die potenzielle Chance zum 2-0. Du hast diesen Rückpassfehler, den die Hertha da macht, Jovic mit einer genialen Übersicht und dann zimmert der das Ding da mit einer Gewalt oben gegen die Querlatte, dass du dir auch denkst, meine Güte, Junge, wo hast du denn kicken gelernt? Also den hätte ich ja mit meinen zwei linken Füßen besser getroffen. Ja. Also du hast aber auch einfach gemerkt, was für eine Anspannung in dem Ding da drin ist, da wollte er es halt einfach 300% sicher machen und das Ding auf der anderen Seite wieder aus dem Tor raus befördern und das passiert dann dabei. Also da waren wir halt auch einfach, ich meine, das hatten wir bei Gacinovic, war es ja der, der geschossen hat, schon ein paar Mal angemerkt. Er hat zwar diesen Schritt gemacht, aber so diesen, diesen, diesen richtigen Effekt, diese, diese Kaltschnäuzigkeit, diese, diesen Instinkt fürs Tor, der geht halt manchmal dann einfach so ein bisschen unter. Ja, aber in einer ganz merkwürdigen Art und Weise eigentlich, ne? Also ich fand schon, dass du eigentlich dir die Chancen ja erarbeitet hast, ne? Aber du auch besser drin warst in der ersten Halbzeit. Da fand ich, waren die Herthaner jetzt, ich meine, also die waren wirklich nicht dominant. Ich kann viel darüber erzählen, dass sie das Spiel dann am Ende 3-0 gewonnen haben, aber in der ersten Halbzeit versahre ich da nichts. Bis, also in der ersten Halbzeit, ich hab nochmal nachgeguckt, sie hatten einen, den kann man jetzt ja nicht mal wirklich Torschuss nennen, sondern sie hatten einen Schuss und der war nach einer Standardsituation und der ging nicht mal aufs Tor. Ansonsten war da keinerlei nennenswerte Offensivaktion in den ersten 45 Minuten drin. Keine. Ja, genau. Und dann ist die ganze Scheiße natürlich umso bitterer, ne? Dann gehst du halt mit einem 0-0 eigentlich in die Pause, denkst, na gut, okay, du hast jetzt hier nicht so schlecht gespielt, hast die Chancen, die du gehabt hast, aber halt auch nicht ausreichend genutzt, will ich mal meinen. Ja, und dann gehst du halt in die zweite Halbzeit und denkst, okay, jetzt musst du halt nachsetzen, jetzt musst du halt sehen, dass du ein Tor halt erzielst aus den Möglichkeiten. Die Eintracht war auch in der Hälfte 2 nicht unglaublich viele Chancen gehabt, ja, aber was halt wirklich aus irgendeinem Grund so der Knackpunkt war, war der Elfmeter, ja, bei denen müssen wir uns schon mal unterhalten, ey. Also ich hatte danach ja noch so ein bisschen Diskussionen auf Twitter hier mit den Herren von Kolinas Erben, Grüße gehen raus, und ich hab da vorhin nochmal nachgefragt, wer denn als erstes den Kontakt aufgenommen hat, weil das für mich eine ganz entscheidende Situation ist. Und man konnte es mir jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber die Aussage von Alex Feuerherd ist, dass sehr wahrscheinlich, oder so wie es momentan aussieht, die Kontaktaufnahme von dem Kollegen aus Köln ausging. Und ist nicht die Prämisse, dass er dann eingreifen soll, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt? Ja, aber der hat es ja auch schon beantwortet, oder? Der Alex hat auch gesagt, dass der Schiedsrichter das dann halt nicht so sieht, und das ist seine Entscheidung. Ja, natürlich entscheidet der Schiedsrichter am Ende, aber ich hab jetzt sehr viele Stimmen gehört zu diesem Ding, weil ich mir viel im Nachhinein dann nochmal nachgelesen hab, oder mir angehört. Das war kein Elfmeter, da brauchen wir auch nicht hier rum diskutieren. 80% sagen, es war kein Elfmeter. Dieses mit dem Kahnblatt, nee, das ist kein Elfmeter, aus die Maus. Er trifft ihn am Knie, und ja, aber er fällt halt auch, als wenn ihm gerade eine Rakete in den Arschkütteln fällt. Ja, genau, als wenn er gestreipert worden wäre. Das ist halt der nächste Timo Werner, ganz ehrlich, das hab ich aber auch schon vorher gesagt. Ich hab einen alten Timo, ich packe den irgendwann mal wieder aus. Davy Selkis, auch im Hinspiel, ist mir schon sehr positiv aufgefallen. Es ist halt auch im Spiel schon, das, ja, egal, ich sag nichts. Trotzdem, der Marvin hat die richtigen Punkte angesprochen, in der ersten Halbzeit, ein komisches Spiel, komische Atmosphäre, weil auch irgendwie du das Gefühl hattest, nicht nur die Fans sind irgendwie ein bisschen platt von Schalke, von dieser Emotion. Spieler auch ein bisschen, aber trotzdem hat es in der ersten Halbzeit noch für diese unfassbar schwache Hertha gereicht. Ja, und dann hast du aber gesehen, dass die Personaldecke der Eintracht nicht ausreicht, um, ja, widrige Umstände auch noch auszugleichen, sondern das ist so auf Kante genäht, das fällt dann durch so ein Kram in sich zusammen. Und dieser Lattenschuss von Vaskar Cinovic war es, oder? Und Jovic. Jovic davor, genau. Und dann Elfmeter, der keiner ist, das ist dann an dem Tag einfach zu viel für die Eintracht. Und nachdem du mittwochs dann gespielt hast und so ein emotionales Spiel hattest, das müssen wir einfach einsehen. Nichtsdestotrotz ist meine Wut darüber, dass wir diese Saison wahrscheinlich verbraten, ist unfassbar groß, die will ich heute noch gar nicht rauslassen. Aber Leute, ich glaube, ich teese das schon mal an, wir werden uns im Sommer dick ärgern. Dick, 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 dick ärgern über diese Spiele und da gehört das Spiel hier gerade mit Sicherheit dazu. Weil, ja Leute, ach keine Ahnung, heute sage ich noch nichts, aber ich warne schon mal davor, dass diese Saison braten geht, die Eintracht verliert ins Pokalfinale und am Ende ist die Eintracht 8 da. Ja, guten Tag. Dann haben wir von all dem Kram, den wir besprochen haben, gar nichts. Nichts. Ja, es ist, ja, die Gefahr, die Gefahr liegt auf jeden Fall nahe. Auch in dem weiteren Verlauf des Spiels hast du ja auch gemerkt, dass die Eintracht dann auch irgendwie auch jegliche Souveränität hat verlieren lassen. Oder verloren hat. Denn man muss auch mal ganz klar sagen, nach dem 0-1, das war halt scheiße. Und ganz ehrlich, mich regt das halt tierisch auf, wie man sich da so theatralisch fallen lassen kann. Denn darüber können wir jetzt aber auch noch fünf Stunden sprechen. Das passiert halt einfach. Das ändert nichts. Ja, damit musst du als Spieler und auch als Mannschaft, der Politiker-Mannschaft, irgendwo auch klarkommen. So. Und dann ärgert mich das aber, dass die Eintracht auch nicht in der Lage ist, nach so einem scheiß Elfmeter auch mal wieder zurückzukommen. Denn nach dem 0-1 ist im Endeffekt nicht mehr viel passiert. Die Eintracht war viel zu passiv. Es gab, glaube ich, noch eine gute Sequenz, die ich in Erinnerung hatte, wo Fabian mal draufgeholzt hat, der für mich auch leider nicht so wirklich gut im Spiel war. Also das war einfach viel zu wenig. Und da muss die Eintracht auch sicher echt an die eigene Nase fassen und muss sagen, ja Leute, wenn ich nach Europa will. Ja, und gegen so ein... Mich ärgert das, weil die Hertha ist ein... Für die ging es um nicht mehr wirklich viel, ja. Und die wursteln ja die Saison darum. Aber die waren dann schon natürlich ein bisschen angefixt, ein bisschen bissiger. Und dann ärgere ich mich dann halt auch. Okay, nach dem 2-0 war die Sache halt eh gegessen, hast du ja gemerkt. Lecki, dass dieser scheiß Lecki da noch ein Tor macht. Ja, der hat mal am Bornheimer Hand gekippt, wenn ich mir überlege, den hätten wir auch mal irgendwann holen können. Aber da waren wir anscheinend so blöd dafür. Und jetzt haut er bei uns die Tore rein. So eine Scheiße. Und dann halt, ganz ehrlich, dass, dass, dass der Scheiß, Scheiß, tut mir leid, Mascarell, äh, nicht Mascarell, sag ich schon, Hasebe, so blöd ist. Ich weiß, diese Wut, diese irrationale Wut natürlich auch auf den Mitspieler, der ihn natürlich die ganze Zeit schon gegängeln hat, genervt hat, ihm auch mal am Fuß gestanden hat. Das ist mir klar. Aber Bruder, du bist Pan 30, du bist eigentlich wirklich ein Führungsspieler und musst dich doch beherrschen. Sei doch nicht so blöd. Und gerade jemandem, der das dankbar annimmt, wie Davy Selke, sich dann halt noch fünfmal zu rollen, ja, den gebe ich doch gar nicht erst die Möglichkeit dazu. Und ganz ehrlich, das ist ja genau, das Problem ist, das sind Mosaiksteine, die jetzt leider gerade wieder ein bisschen ineinander passen. Denn dadurch, dass er sich so eine Unkonzentriertheit geleistet hat, hat er natürlich einen Berndienst uns erwiesen. Der fällt locker für den Rest der Saison aus, der Hasebe. Ja, ich meine, bei so einer Aktion, da brauchst du dich über drei, vier Spiele Sperre halt nicht wundern. Saubeschießen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe zumindest jetzt noch nichts gesehen, dass da irgendeine Entscheidung raus ist. Ich glaube, die kommt auch, wenn, erst morgen. Aber ich gehe mal davon aus, in dem Moment, wo das war, dass er da locker drei Spiele eben kriegt. Und damit ist die Saison dann halt auch rum. Dann sehen wir ihn im Pokalfinale, aber das war es dann halt auch. Ja, genau. Und dann kann er sich darauf zwar vorbereiten, hat aber maßgeblich dazu beigetragen, dass er fahrlässig in, wie soll ich sagen, fahrlässig, wie soll ich sagen, ja, er hat es fahrlässig, ja, sagen Sie es. Er trägt dazu bei, dass die Chance höher ist, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, sage ich mal so. Und das in fahrlässiger Art und Weise. Genau, gerade auch mit dem Thema, dass wir ja auf angesprochener Position des Innenverteidigers sowieso personell so ein bisschen schwierig besetzt sind. Jetzt kommt Vallett quasi gerade aus der Sperre wieder und dafür ist der andere dann weg. Ja, der Gußmann war auch verletzt, muss ausgewechselt werden, auch scheitern. Warum bin ich so blöd? Ich muss doch, also ganz ehrlich, na, wenn das eh das 0-2 gefallen ist, dann merke ich, okay, hier geht heute nichts mehr aus die Maus. Aber dann lasse ich mich doch nicht noch so provozieren. Für mich ist das wirklich eine absolut beschissene Situation gewesen. Da muss die Eintracht sich echt an die eigene Nase fassen. Erstens, dass sie es nicht hinbekommen hat nach dem 1-0. Da ging halt echt nichts. Nein, und dann spätestens nach dem 2-0, okay, dann schalte ich halt zurück. Ob das 3-0 jetzt fällt, ist mir jetzt auch, es war ein Freud, ich würde das dritte Tor wie irrelefon. Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei dem 3-0, es hätte nicht fallen müssen, wenn du dir mal angeguckt hast in der Verteidigung, wie weit ein Willems da von dem Gegenspieler weg ist. Der bleibt stehen, dann läuft er wieder zwei Schritte hinterher, dann bleibt er wieder stehen, alles in so einem Abstand von zweieinhalb Metern. Ey, du bist im eigenen 16er, da hältst du keine zwei Meter Abstand zum Gegenspieler. Richtig, das sind halt genauso Punkte. Also das sind halt auch so blöde Dinger. Ja, und du merkst halt trotzdem, dass das eingetroffen hat, was der Basti auch gesagt hat, dass ein solches Rotationsverfahren leider nicht die erhoffte Wirkung hatte und dass halt, wenn du kein Boateng hast, wenn Rebic nicht spielt, dann fällt dir halt hier schon eine kleine Achse weg, die nicht immer adäquat zu ersetzen ist. Das sind dann diese Spiele, genau, das ist es aber. Du hast das Gefühl gehabt, teilweise aber auch dann, wo es eng wurde, war dann die Mannschaft ohne ihren Papa auf dem Platz. Vielleicht ist das die Kröte, die du schlucken musst, wenn du so eine, ja, so eine prägnante wie Guvi Boateng hast, dass halt, wenn er nicht da ist, so die, ja, die Spieler richten sich oft an ihm auf und wenn er dann nicht da ist, ist keiner da und den man sich aufrichten kann. Und Marvin hat ja auch selber angesprochen, der wäre vielleicht der andere gewesen. Der war an dem Tag schon mal mit sich selber beschäftigt. Marvin hat ja mit den Sachen, die er sagt, recht, ich will ihn, aber hier, ja, ich weiß nicht, verteidigen heißt es nicht, aber ich glaube, ich kann es verstehen. Also ich kann ihn nicht verurteilen. Ich kann ihn nicht verurteilen, weil ich eigentlich die Fußballspieler bewundere, dass sowas eigentlich so selten passiert. Und ich glaube einfach, das ist leider zu menschlich. Und Hasebe ist ja, man weiß, dass er ein erfahrener Spieler ist, aber wenn du siehst, wir haben auch manchmal mit dem Schiedsrichter diskutiert, der hat sich schon eigentlich sehr selten im Griff. Also der ist schon... Erstaunlich selten. Ja, also erstaunlich. Also der bei jeder Schiedsrichterentscheidung ist, ey, ich sehe ja sehr aggressiv, was man gar nicht denken würde. Und das hat sich dann halt hier entladen. Das setzt natürlich auf diese ganze Torte noch die Kirsche obendrauf. Also die Waren jetzt sagen, wir haben Verletzte, dann die Rotation funktioniert nicht, dann schießt du eine Gegenlatte, dann kriegst du elf Meter, da keiner war. Ja. Keine Ahnung. Wir haben jetzt diese Gemengelage, die dazu führt, dass wir ganz, ganz viel Erklärung haben, warum es am Ende des Tages nicht für Europa reichen wird. Macht mich wütend. Macht mich sehr, sehr wütend. Das ist eine Mischung aus selbstverschuldet und normalem Pech und halt auch, ja, teilweise widrigen Umständen. Das ist, glaube ich, so. Wir haben jetzt die positive Nummer am Mittwoch gehabt, wo wir Glück gehabt haben, dass der Videoschiedsrichter nicht eingreifen konnte mehr. Jetzt haben wir Pech gehabt, dass er eingegriffen hat, aber der Schiedsrichter das schon mal nicht interessiert hat. Das wird die Saison nicht runterreißen. Es wird trotzdem diese Gesamtsumme sein. Ich glaube, diese Rebic-Verletzung merkt man dann halt. Wieder mal haben wir uns gesagt, das merkt man natürlich nicht in einem Spiel. Und du verlierst auch nicht das erste Spiel, wenn er dann weg ist. Aber du, auf Summe, kann die Eintracht das nicht auffangen, weil es halt so ist. Und wir merken das jetzt und jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt vorhören soll. Keine Ahnung. Spannend, was dabei noch rauskommt jetzt. Genau. Und dann hast du halt auch dann zusätzlich noch Leute, die weg sind, wie Marius Wolf, Warteng und, ja, jetzt, Kutikusmann wird jetzt auch erst mal fehlen, Salcedo fehlt. Dann hast du eine richtig lange Warte. Genau, Salcedo darüber, das ist genau das. Salcedo ist auch wichtiger, als wir dachten. Und dann hast du so Spieler, wo wir dann denken, okay, ja, Leute, ganz ehrlich, Barcock, dann heulen nicht die ganze Zeit rum, dass du nicht spielst, wenn du dann spielst und so spielst. Dann wundert mich, dass du nicht spielst, Kollege. Und Stendera, frage ich mich, wie viel, ob der jetzt mittlerweile aus Frust erst recht angefangen hat, Pizza zu fressen, was macht der denn? Also, wenn der nicht mal in so einer Notsituation in die Startelf kommt, ja, Bruder, was ist los? Dann spielst du halt nächstes Jahr vielleicht wirklich in Regensburg, aber dann viel Glück dabei. Also, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, weil wir ja trotzdem gesehen haben, Kovac ist oft auch mal sauer auf Spieler, Willems, Fabian, bla, bla, bla. Wenn die es aber dann kapieren, siehst du, dann sind die schneller wie deine Startelf, als wir hier Eintracht-Podcast sein können. Und ja, bei ihm scheint das ja gar nicht zu funktionieren. Ja, das ist sehr merkwürdig. Das ist eine ganz strange Nummer. Das ist für mich das größte Wunder. Gut, dass du es angesprochen hast, denn bei allem Respekt, guck, der ist doch so ein Kava. Alter, der Brudi, der ist ein halbes Jahr hier, der hat auch kaum Profi-Erfahrung und der schafft es eher, sich auf der Ersatzbank zu setzen, als ein Stenderer. Wie weit muss ich denn von meiner ursprünglichen Form entfernt sein, dass ich selbst bei so einer personellen engen Situation und Notlage nicht eine Alternative bin? Wow. Das ist echt bitter. Das muss man auch mal nachgucken. Ja, das gehört auch dazu. Das gehört dann zum Gesamtbild, zu denken, okay, da fällt der und der aus und diejenigen, die dann eigentlich denken. Sie wären die Alternativen, sind sie. Genau. Die sind ja selber keine Alternativen. Genau. Da muss ich doch dann wirklich auch, du hast auch Berghuk angesprochen, kann ich auch nicht so ein beschissenes Spiel machen und an der Ohren Ball verlieren. Also da kann ich mich auch nicht die ganze Zeit hier austribbeln. Gacinovic war für mich zum Beispiel bemüht, hat auch nicht wirklich viel richtig Gutes auf die Kette bekommen, aber das war trotzdem, aber trotzdem war mir eine andere. Das ist für mich aber noch was anderes. Ja, genau. Wenn du unglücklich agierst, ist es die eine Sache, wenn du wirklich aber scheiße spielst, ist es nochmal eine andere. Also so. Genau. Das sind die unterschiedlichen Abstufungen da drin, ja. Der Kostar auch teilweise echt unglücklich, aber du merkst halt, ja, der ist mir langsam auch ein Horn im Auge, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich einer war, ich weiß, dass ich einer war, der immer gesagt hat, der wird wahrscheinlich Fall Chandler spielen. Mittlerweile hat er es ja scheinbar auch teilweise geschafft und jetzt bin ich doch nicht mehr zufrieden. Es tut mir leid, dass ich den Wunsch hatte. Er macht gute Sachen, er ist athletisch sehr, sehr gut. Ich finde aber, ihm fehlt teilweise wirklich die Spielschnelligkeit im Kopf, will ich es mal nennen. Also er ist wirklich ein sehr umständlicher Spieler teilweise. Ja, das stimmt. Der an gewissen Stellen im genauen falschen Moment zu viel nachdenkt oder gar nicht nachdenkt. Er hat jetzt zweimal auch ein Tor verschuldet, wo er es absatzaufgehoben hat. Ja. Das war, wo war das? Das war, wo war es? In Dortmund. Sehr traurige Dinge, ja. Dortmund und wo war das letzte jetzt? Das war noch, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist er wirklich einer, der mich anfängt zu nerven. Aber gut. Ist jetzt wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die Eintracht echt einen gebrauchten Tag hatte und wir wieder in diese Achterbahn gesetzt wurden, nachdem der Marvin und ich, glaube ich, so euphorisiert von dieser Rückfahrt kamen. Wirklich auch uns am nächsten Tag allen auch geschrieben haben, bei WhatE. Geil, Leute, gestern. Vielen Dank für alles. So bla und zwar echt irgendwie. Für mich war das so eine kleine Reinigung, weil es echt auch cool war. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht zulassen dürfen, weil jetzt bin ich wieder komplett in der Depression drin, zu denken, okay. Fickt euch doch einfach, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Eintracht es schafft, auch diese wirkliche gute Saison, die so gute Vorzeichen hatte. Und wir haben diese Kovac-Nummer, ja, zumindest mental auf Schalke, wirklich haben die Spieler es verarbeitet und die Fans auch. Jeder hat diese schwere Situation probiert mitzutragen. Und dann, das ist ja die viel schwierige Aufgabe, wirklich diese Unruhe zu verpacken, dass die Mannschaft sich nicht zerfleischt, dass die Fans, das Verhältnis Mannschaft-Fans, Kovac-Fans, bla, 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 dass sich die Nummer nicht eskaliert bei der ganzen Wut, die hier war, in diesem emotionalen Umfeld, was natürlich, wenn es immer so geil ist, auch uns negativ umschalten kann. Ja, und Leute, und dann gewinnst du nicht zu Hause gegen die Hertha. Das war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Dann renovierst du dein ganzes Zimmer, machst alles, bla, bla, und am Ende vergisst du, einfach eine Türklinke dran zu schrauben. Also, weißt du, das ist wirklich, also Hertha zu Hause zu schlagen, wie der Marvin es gesagt hat, für die es um nichts geht, da fehlt mir wirklich die Fantasie dafür, wie das sein kann. Und wie dann auch ein Trainer vielleicht auch, die Mannschaft dann nicht auf den Punkt irgendwie mental so pushen kann, zu sagen, Leute, was macht ihr hier? So, zu sagen, okay, ich muss auch ein bisschen, ja, vielleicht hat aber auch derjenige das Spiel auf dem Platz gefehlt, der als die Zeichen sich verdichteten, dass diese Nummer hier auch in die andere Richtung kippen kann, der dann quasi das merkt und den anderen das irgendwie schon mal bewusst macht, weil, du hast beide Eintrittsgefühl gehabt, die haben sich so ein bisschen, ja, bewusst dann mit runterreißen lassen und es hat dann einfach so seinen Lauf genommen und sie haben irgendwie nichts entgegensetzen können. Das war schon ein bisschen, es ist halt wirklich, es kommt zu uns Zeit, müssen wir einfach so sagen, wir müssen einfach so sagen, Gladbach fängt an zu gewinnen, Hoffenheim ist uns schon vorbeigezogen. Wir machen es unnötig spannend, Hoffenheim ist vorbei, die gewinnen glücklicherweise gegen Leipzig und halten die damit so ein bisschen in Reichweite, von hinten kommen mit großen Schritten gerade Gladbach, die Hertha und Stuttgart an. Und du spielst jetzt in München, ja, vielen Dank auch. Das ist jetzt, genau, perfekt überleitung. Und dann spielst du wahrscheinlich gegen den HSV, der dann leider auch noch nicht abgestiegen ist. Ich sagte ja gerade eben, der Undertaker der Bundesliga, also die kommen jetzt auch wieder in Fahrt. Ja, siehst du ja und dann, du kannst auch Punkte am letzten Spieltag auf Schalke auch nicht einplanen, weil du hast ja gesehen, wie glücklich die auch im Pokal überhaupt dieser Sieg zustande kamen. Das heißt, wir könnten und es kann passieren, dass die Eintracht keinen einzigen Punkt mehr holt. Ja, definitiv. Und das könnte wirklich passieren und dann braucht Gladbach nur noch vier und dann sind wir Achter. So. Und dann, ja, was ist denn, ja, dann hast du wirklich eine geile Saison gespielt, verlierst dadurch deinen Trainer, weil du positive Sachen, ja, weil die einfach eine positive, die Leute haben von der Eintracht trotzdem noch einen positiven Eindruck. Du verlierst dann dadurch wirklich deinen Trainer, vielleicht auch noch einen anderen Spieler, hast aber dann gar nicht das Ergebnis, das eigentlich solche Sachen dann rechtfertigt. Also du stehst quasi mit nichts da. Und deine Mannschaft wird trotzdem durcheinander gewirbelt und hast aber eigentlich keinen Gain, der, keine Ahnung, wie Europa League oder so oder weiß ich nicht. Das ist typischer Eintracht, könnte es gar nicht sein. Und ich wundere mich auch über mich selber, dass mich das wundert, aber mich kotzt es an. Ich kotzt es wirklich an. Weil du hoffst ja dann trotzdem. Ja, genau, genau. Und hofft ja trotzdem. Man ist ja trotzdem wieder so dumm und lässt sich da reinlullen. Ja, genau. Und genau so ist es halt. Du hast vor paar Wochen getwittert, Marvin, wo du gesagt hast, warum lässt man nicht? Ja, aber dann nach deinem Tweet hat man sich noch dreimal reinziehen lassen. Ja, natürlich. Ja, jetzt stehen wir wieder hier. Und wahrscheinlich werden wir uns wieder mit reinziehen lassen, wenn die Eintracht 1-0 gegen Hamburg führt. Es ist doch echt, es ist echt eine sehr, sehr anstrengende Saison. Ich verstehe das gar nicht. Also es ist ein Herz an mir. Ja, es ist ein wechselbarter Gefühl, nicht ganz so dramatisch wie jetzt andere Mannschaften, die jetzt so um den Abstieg allesamt betteln. Aber trotzdem ist es auch halt mal eine positive Situation. Aber ich meine, wir wissen alle, wie flüchtig Erfolg ist. Und wenn wir den jetzt einmal mitnehmen können und irgendwie schon ein bisschen in unserer Hand haben, dann müssen wir ihn auch mitnehmen, weil wir wissen ganz genau, dass wir am Ende, nach der Saison vielleicht, ja, wer garantiert uns denn, dass wir nochmal sowas spielen? Niemand. Keiner, nee. Das kann doch sein, dass wir wieder 12. werden. Genau. Und dann wären wir wieder 12. 13. Und dann sind wir im Niemandsland. Auch emotional im Niemandsland. Also ganz ehrlich, das ist ja auch für uns nicht immer das Gleiche. Wir gehen nicht immer mit der gleichen Emotion in diese Saison. Das dauert ja. Bei mir hat es zum Beispiel ja auch in dieser Saison, glaube ich, keine Ahnung, locker bis zum 10. 11. Spieltag gedauert, bis ich dann wirklich wieder drin war und auch wieder Bock hatte und gedacht habe, okay, vielleicht geht hier was. Bis auf das halt, was wir halt immer so haben, sage ich mal, ne? So, aber auch schon natürlich gut auf einem guten Niveau. Und jetzt habe ich mich wieder mitreißen lassen und jetzt bin ich drin und jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir noch irgendwie nach Europa kommen. Ja, natürlich, Sipta ist jetzt auch nicht so geil. Aber scheiß drauf, irgendwie, irgendwie müssen wir das doch noch hinbekommen. Denn das ist doch das Geilste für uns alle, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, dann fahre ich, ja, was weiß ich, dann fahre ich halt, was weiß ich, nach Valletta und fahre nach Luxemburg. Die ersten Runden, das ist mir auch scheißegal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, weil wir sind schon ganz geil. Aber das will ich jetzt halt einfach, nach der Saison mit leeren Händen dazustehen und gleichzeitig, und das wäre ja die logische Konsequenz daraus, anderen wieder einen Aufschub zu leisten. Darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht der Punktelieferant für einen toten HSV sein, die es wirklich, wirklich, wirklich verdient haben, endlich mal abzusteigen. Denn bei allem Respekt, ich mag diesen Verein, den finde ich echt auch sympathisch, das habe ich schon oft genug gesagt, aber es ist echt an der Zeit. Und wir haben schon andere wieder zurückgeholt. Ich habe keinen Bock, dass wir den HSV zurückholen. Die müssen jetzt nächste Woche schon runtergehen und dann haben wir auch ein leichteres Spiel, weil gegen die Bayern holen wir eh nichts. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall den auch nur einen Punkt lassen. Da rasse ich komplett aus. Aber was sehen wir denn jetzt noch als realistisch an? Eigentlich wirklich nur noch Platz sieben für die Tour nach Europa oder mal so die andere Variante wäre dann das Gewinnen des Pokals. Ja gut, das ist unrealistisch leider. Trotzdem, weil du hast gesehen, dass selbst eine C-Elfte von Bayern noch gegen Hannover irgendwie dran und gewinnt. Jo, ich weiß nicht. Da müsste es schon sehr... Es wären realistisch die einzigen beiden Varianten, weil sehen wir da noch eine Chance auf Platz sechs? Es sei denn, Leipzig wird jetzt nach unten durchgereicht. Aber das müssen wir halt auch erstmal punkten. Leipzig hat schon... Also ich finde schon, Leipzig hat einen extrem schlechten Drang momentan. Also und ich sehe, wie die Bewegung auch dahingehend bei Leipzig ist, dass alle mega unruhig werden. Ja, du hörst eigentlich schon den Rangnick mit den Hufenscharen. Die Unzufriedenheit wird immer größer. Die Gerüchte, die um Hasenhüttler eigentlich so auch herumgeschwirrt haben bezüglich anderer Vereine, und die scheinen mittlerweile auch eine gewisse Unzufriedenheit dahingehend zu transportieren. Also ich glaube, das lässt die gar nicht so ruhig schlafen. Und ich denke, das kann sich schon zu einer richtigen negativen Entwicklung ergeben. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann irgendwie auf den sechsten rutschen. Vielleicht haben wir dann dadurch nur die siebte Position irgendwie gesichert und Gladbach überholt uns auch oder so. Weißt du? Keine Ahnung. Zumal, die spielen glaube ich jetzt gegen Mainz. Die spielen am nächsten Spieltag gegen Mainz, die aber ja auch einfach fürchterlich schlecht sind. Ja, siehst du. Und das meine ich ja. Das Ausprogramm von Leipzig ist halt ein bisschen einfacher auch. Danach spielt Leipzig zu Hause gegen Wolfsburg, die jetzt auch gerade nicht so die Sterne vom Himmel spielen. Und dann am letzten Spieltag... Die haben ja fast nur noch Abstiegskandidaten. Ja, für die geht es halt eigentlich noch um was. Aber die spielen halt einfach auch schlechten Fußball. Und am letzten Spieltag spielt Hertha gegen Leipzig. Da nehmen sie sich wieder so ein bisschen selbst die Punkte weg. Aber das willst du halt auch irgendwie wieder nicht. Ja, aber das ist es doch. Das eigentlich momentan spricht alles gegen die Eintracht. Ja, ich weiß nicht, ob die diese Negativ-Dings jetzt noch aufhalten können, weil sie jetzt in der Position sind, dass sie... Ja, es kann ja von uns keiner warten, dass die Eintracht jetzt noch sechs, sieben Punkte holt. Das macht... Ja, aber kann das dann nicht unser Vorteil sein, dass halt wirklich momentan jetzt gar keiner was von uns erwartet? Was denn? Aber du gewinnst doch nicht in München. So, dann hast du nur noch zwei Spiele. Ja, das wäre jetzt für mich die nächste Frage. Das Einzige, was wir... Wir können es ja auch so sagen. Ich glaube auch Gladbach, man da bei aller Liebe, Gladbach ist auch scheiße. Also die haben auch eine kack Saison gespielt. Ich sage mal so, ich stelle die These auf, wenn die Eintracht zu Hause gegen den HSV gewinnt, reicht das für Platz sieben. Die Frage... Das ist aber ein größeres Fragezeichen, ob wir wirklich in der Lage sind, zu Hause gegen den HSV zu spielen, der wirklich hier brennend ankommen wird, wenn die tatsächlich jetzt... Gegen wen spielen die jetzt? Die spielen jetzt in Wolfsburg, oder? Ähm, Moment. Ja, in Wolfsburg, ja. Ja, stell dir mal vor, die gewinnen dort und sind plötzlich zwei Punkte dran. Ja, da kannst du aber die... Da kannst du aber mal gucken, wie die hier antanzen werden. Dann spielen die am letzten Spieltag daheim, nämlich gegen Gladbach. Ja, ich... Also... Ich weiß es nicht. Ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen. Ich bin auch noch gar nicht in dem Modus drin, dass ich darüber nachdenke, weil für mich hat die Eintracht am Wochenende jetzt erstmal spielfrei. Und dann... Ja, brauche ich auch. Ich gucke mir das mal leicht im Fernsehen an. Erwartest ja sowieso nichts. Guckst mal, was die anderen machen. Aber... Der Eintracht hat eine Riesenchance vertan. Müssen wir ganz ehrlich so sagen. Wir wären jetzt zwei Punkte an Leverkusen wieder dran eigentlich. Ja, Leute. Ist jetzt nicht so. Jetzt müssen wir aufpassen, was Gladbach macht. Ja, Gott sagen, wenigstens wird das schlechtere Torverhältnis haben. Das könnte für uns der Kicker sein. Das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Und da würde ich auch ignorieren, was der Marvin gesagt hat, was viele auch irgendwie blöd finden, was uns, glaube ich, auch bei Twitter gefragt wurde. Wie wir zu der Quali stehen, ob man dann wieder auf Platz 7 verzichtet. Auf gar keinen Fall, Leute. Warum soll ich da drauf verzichten? Warum sollen wir darauf verzichten und wie das Abschenken wie Freiburg oder Mainz das immer machen gegen Gas, Methan, Medias oder Domschalle? Nee, wie der Marvin es gesagt hat, bei uns ist das was anderes. Wenn wir gegen Domschalle spielen, dann fahren wir trotzdem mit 10.000 Leuten dorthin und dann gewinnen wir dort und gewinnen auch zu Hause und dann kommen wir noch eine Runde weiter und haben auch einen Gegner. Es geht gar nicht darum, wo, sondern... Muss auch nicht immer ein Sehnsuchtsort sein, sondern es muss daran sein, wir können wahrscheinlich nächstes Jahr 13. Werden. Kann passieren von 8 bis 13. Ja, dann werden wir halt nicht 9. Sondern 12. weil wir halt im Sommer viele Spiele hatten, ja, aber es ist trotzdem nichts anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht wieder, keine Ahnung, bis 8, 26, 27 Spieltag an den Champions-League-Rängen dran ist, die ist wahrscheinlich, die ist nicht gegeben. Die ist nicht gegeben und wo wir auf deiner Skala landen, ist für mich aber auch dann maßgeblich damit abhängig, welchen Trainer wir dann in der nächsten Saison haben, weil dass wir uns nächstes Jahr wieder so ein Stück weit im Umbruch befinden, ist klar und das muss halt auch sauber zusammenkommen. Ja, und dann genau und das ist doch das, was der Marvin dafür sorgt. Du brauchst doch trotzdem, nicht so schwer, aber du brauchst doch auch als Fan diese emotionale Involvierung und dann ist wieder ein Umbruch und da kann auch wieder was schief gehen und vielleicht kommt ein Trainer, auf den wir keinen Bock haben, dann kommt vielleicht auch ein Spieler, dann verletzt sich, also weißt du, diese ganzen Unwägbarkeiten im Fußball, die kommen ja trotzdem wieder und dann immer wieder sich aufzurichten und wir werden es tun, es ist trotzdem anstrengend und es ist trotzdem, diese Emotionalität wahrscheinlich kann sein, dass die nächste Saison emotional eher vor sich hin suppt und du dann wirklich immer zwischen 8 und 12 dich bewegen wirst, wo dir gar nichts passiert, so wie, keine Ahnung, Augsburg diese Saison gespielt hat, was ja dann auch nicht verkehrt ist als Eintracht Frankfurt, nur, ja, nach diesen emotionalen zwei Jahren jetzt, wo wirklich mit Pokalfinale im ersten Jahr, äh, im zweiten Jahr, zwei ersten, eineinhalb da, kommt es von der Relegation, die war auch sehr, sehr anstrengend, dann Pokalfinale war ein geiles Erlebnis, hast unglücklich verloren, wo du auch so zwischen Stolz und Ärger wankst und jetzt diese Saison, wo du wirklich zwischendrin, wirklich, jetzt mal wirklich, die Eintracht hatte die realistische Chance, dieses Jahr in die Champions League zu kommen, hat es versaut. Das ist, wird, das wird, das wird in der Nachbetrachtung so sein und, ja, und jetzt haben wir es sogar geschafft, so dumm zu sein, sogar noch die Euroleague zu gefährden und das ist wirklich nervig und darüber kann auch bei aller Freude das Pokalfinale nicht mehr hinwegtäuschen, weil das hat, letztes Mal hat das noch funktioniert, diese unfassbar miserable Rückrunde, äh, ein bisschen zu emotional zu kaschieren, im Sinne von, dass wir dieses geile Erlebnis am Abschluss hatten, das war, ich weiß nicht, ob das bei mir diesmal funktionieren wird, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob, ja, ja, weiß nicht, ob ich dann irgendwie zufrieden bin, wenn ich sage, wir haben irgendwie nur 2-1 gegen Bayern verloren, sind jetzt 8er gewonnen, war noch eine tolle Saison, weiß ich nicht, weil ich trotzdem daran denken würde, werde, zu denken, okay, wir hätten in diese fucking Champions League kommen können, so leicht wie wahrscheinlich noch nie und haben es an gewissen Stellen einfach versaut, Leute, der Radetzky wirft den Ball ins Tor in Bremen, denn, der Costa hebt in Dortmund das Abseits auf, nachdem Radetzky es nicht geschafft hat, man den Ball aus der eigenen Hälfte zu dreschen, du hast, so ein Spiel gegen die Hertha schenkst du her, du kassierst gegen Freiburg den Ausgleich, gegen Hoffenheim den Ausgleich, das summiert sich dann und ich kotze, wenn ich am Ende rechne, dass dann vielleicht 4 Punkte fehlen oder was, das ist echt übel, aber es wird wahrscheinlich so kommen und, aber gut, wir müssen jetzt uns im Tagesgeld beschäftigen, der Marvin hat es auch gesagt, ich bin trotzdem noch Feuer und Flamme, selbst wenn es nur Platz 7 ist, da würde ich mich trotzdem auch noch freuen und wir würden ihm Alles ist besser, als am Ende ohne halt irgendein Ergebnis da rauskommen. Jetzt lasst uns doch mal nach vorne gucken, wir sind jetzt dran gegen die Bayern in München, wir haben jetzt das erste Mal in dieser Saison, muss man auch dazu sagen, zwei Spiele in Folge verloren, das hatten wir noch kein einziges Mal. Das ist auch krass, eine ganz schöne Luxus- Es ist eigentlich eine hervorragende Ausgangssituation, es ist jetzt das erste von zwei Aufeinandertreffen nach dieser ganzen Kovac-Thematik, Und für mich ist so ein bisschen die Frage dann auch, mit welcher Taktik gehen wir da ran, also gehen wir da jetzt wirklich Heier und Feier da irgendwie rein oder ist das halt so ein Ding von wegen, naja, wir zeigen mal auch vielleicht noch nicht so ganz unsere Karten für das Pokalfinale und testen da mal so ein bisschen aus. Also das Ding ist, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass ich, wir lassen uns nicht in die Karten schauen, irgendwie so eine Denke von 2008 oder 2001 oder 2002 ist, die haben mittlerweile auch so viele Scouts, die wissen ganz genau, wie die Eider zu spielen ist und ehrlich gesagt wissen, fahren die aber auch sonst wo hin und wissen ganz genau, die brauchen sich eigentlich nicht auf den Gegner konzentrieren, sondern sind selber stark genug. Also ich weiß gar nicht, ich würde trotzdem sagen, dass wir vielleicht mal mit anderen, nochmal mit anderen Spielern spielen, weil wir haben eigentlich ja trotzdem nur mehr zu verlieren, als wir hier, also wie soll ich sagen, es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich können wir beim FC Bayern auch irgendwie lustigerweise einen Punkt holen oder so aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Aber das würde wahrscheinlich eher funktionieren, wenn wir halt noch, nochmal anderen Leuten die Chance lassen, die momentan nicht so oft gespielt haben, als wenn wir es gefährden, dass wir für die wirklich wichtigen Spiele die Leute einsetzen, die vielleicht ein bisschen geschwächt sind, aber die wir wirklich zwingend benötigen. Also das heißt, ich würde jetzt da ehrlich gesagt davon abraten, wenn jetzt einigermaßen, Boateng einigermaßen fit wäre, dann würde ich sagen, einigermaßen reicht mir nicht gegen die Bayern, weil das Ding verlieren mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, dann lassen wir lieber nochmal draußen, damit er gegen Hamburg fit ist und sich mal auf ein paar Schuhe von ein paar Hamburgern stellen kann oder so. Also mir wäre es echt fast lieber zu sagen, okay, weißt du was, Danny Blum, du schaust mit deinen Hufen, du hast auch schon öfter mal ein Tor gemacht und so weiter und so fort, Fabian, und hier, sagen wir, dich gibt es ja auch noch, wie sieht es denn eigentlich mit dir aus, Herr Stendera, wollen sie nicht auch mal wieder Fußball spielen? Also wenn wir irgendwie sagen, vielleicht auch mal mit einer ganz anderen Aufstellung, also auch mal mit einer anderen taktischen Herangehensweise, würde ich das vielleicht auch mal nicht schlecht finden. Vielleicht auch ein bisschen defensiv, keine Ahnung, wirklich was anderes. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich meinte, von wegen mal mit einer anderen Taktik reingehen, also nicht mit der mit der A11 in Anführungszeichen und nicht so zu versuchen, wie wir das vielleicht im Hinspiel gemacht haben, mit irgendwie Mann und Maus hinten rein, wie wir vielleicht auch im Pokal wahrscheinlich dann versuchen werden, über die erste Halbzeit zu kommen, sondern den anderen mal eine Chance geben, vielleicht auch mal wirklich zu sagen, von wegen drauf geschissen, Punkte rechnen wir eh nicht aus, dann spielt man halt einfach mal mit einer zentralen Spitze und zwei Flügelstürmern oder irgendwas und machen halt auch einfach mal hier, die geben mal irgendwie was drauf und sagen dem Willems oder irgendwas auch so, jetzt versuchen wir dem Ribery irgendwie mal die Kniescheibe kaputt zu machen. Genau. Ja, also irgendwie dann halt auch mal mit der Art und Weise jetzt bildlich geworden. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich könnte auch jetzt vorbauen, das ist mir doch jetzt scheißegal. Ganz ehrlich, wir müssen jetzt endlich mal scheiß Assis werden. Dieses Liebespiel nervt mich jetzt. Du meinst den Hasebe machen. Ja, natürlich, aber von mir aus auch perspektivisch gedacht. Ja, dann sind wir halt mal Arschlöcher und hauen jetzt mal, kegeln jetzt mal wie die letzten Assis nach und nach die Spieler raus. Keine Ahnung, da stehen wir doch mal so ein paar Leichtfüßlern, die hier die Grinsekatze, Grinsekatze Müller, der geht mir schon wieder auf den Sack, wenn er mich die ganze Zeit anlächelt. Dem muss ich halt auch mal ein bisschen wehtun und vielleicht fällt er dann zufällig aus fürs Pokalfinale. Ja, dann ist das halt so. Dann muss ich damit leider umgehen. Ja, aber das ist doch die einzige Möglichkeit. Wir können doch nicht als Schönspielerei habe ich keinen Bock gegen die Bayern unterzugehen. Und jetzt ist auch langsam mal gut. Eigentlich müssen wir doch da hinfahren. Wir fahren zu denen. Zu denen fahren wir. Zu denen, die gedacht haben, ach, die scheiße Eintracht, den können wir wieder in den Stinkefinger zeigen. Machen wir erst mal das mit dem Trainer. Wir fahren da hin, wo der Uli wohnt. Wir fahren da hin, wo der Kalle wohnt. Wo der Braco irgendwelche innovativen Ideen hat, die er sich aus dem einmal eins der YouTube-Scouting-Situation rausgeguckt hat. Nein, was ist denn los? Guck mal, da fahren doch auch wieder Fans der Eintracht dahin. Und die wollen sich nicht abschlachten lassen. Die wollen zumindest eine Mannschaft sehen, die alles dafür gibt, damit es anders aussieht. Und die würden sich auf jeden Fall damit zufrieden geben, wenn du siehst, dass elf Spieler wenigstens gebissen, gekratzt haben und sich gegen alles gewährt haben und sich halt nichts gefallen lassen. Das muss unsere Einstellung sein. Scheißegal, wie es ausgeht, aber wir müssen uns nichts gefallen lassen. Ich habe keinen Bock auf das selbstgefällige Geplapper von diesen Wichsern. Da habe ich keinen Bock mehr. Mir reicht es. Ich will diesen Uli nicht am Mikrofon sehen. Ich will die Grimsekatze Braco nicht herumschwirren sehen, als hätte er die ganze Zeit Drogen mit Johnny Depp genommen. Nein, geh weg. Geh weg. Aber da brauchen wir Leute, die mal eine Emotion mal wieder haben. Was ist denn los mit dem Barguck? Das ist doch ein Frankfurter Junge. Da soll der doch mal zeigen, was Sache ist. Gacinovic. Soll sich mal selbst nach außen kehren. Das kann doch nicht sein, dass der immer nur Pinball mit seinem iPhone spielt. Und was ist diese Kante? Der muss auch mal ein bisschen körperlich agieren. Das will ich jetzt mal sehen. Das will ich jetzt mal sehen. Ist doch scheißegal. Verlieren wir 3-0. Ist auch egal. Aber wenn ich sehe, dass diese Mannschaft gekämpft hat und dass die vielleicht noch ein oder zwei unbehauptbar für das DFB-Pokalfinale gemacht haben, dann muss ich sagen, alles geschafft für die Woche. Ist glaube ich auch wichtig, dass wir da nicht auseinanderbrechen. Also wie du es gesagt hast, die Spannung muss jetzt aufrechterhalten werden. Es kann auch nicht nur noch ums Pokalfinale gehen, sondern um die Liga auch. Wie ich es gesagt habe, man kann da schon mal so ein paar, ja ich schwanke da aber noch zwischen, wenn wir die jetzt provozieren, nicht, dass sie dann im Rücksicht, dass sie im Pokalfinale sauer werden. Meine einzige Hoffnung fürs Pokalfinale ist, dass die vielleicht tatsächlich im Champions League Finale stehen und sich dort nämlich keiner mehr verletzen will. Und du dann mit der Körperlichkeit nämlich reingehen kannst und denen dann vielleicht leichter den Zahn ziehen, aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Naja, dafür müssen sie da ja auch erstmal hinkommen. Die spielen ja jetzt auch am Mittwoch gegen Real. Und das ist genau das, die spielen halt jetzt genau zwischen, ich glaube schon, dass wenn der Marvin recht hat, wenn wir da hingehen und sind giftig und anstrengend, dass wir denen wehtun können. Inwieweit das dann geht, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass die jetzt gerade an die Eintracht denken, sondern die denken an zwei Spiele gegen Real Madrid. Nee, aber das ist es ja gerade, die denken an die zwei Spiele gegen Real Madrid. Die spielen am Mittwoch, ich weiß gar nicht, spielen die jetzt zu Hause oder spielen die in Madrid? Kann das mal gerade eben spontan an der Nachricht nicht. Da sieht man auch so sehr, wie mich die Champions League umtreibt. Ja. Ich weiß nur, dass sie am Mittwoch spielen, glaube ich. Ja, so weit war ich auch schon. Was wolltest du jetzt wissen? Ob die in Madrid spielen oder zu Hause? Ach so, ja, die spielen natürlich jetzt erstmal zu Hause. Ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, hast du auch noch so ein bisschen irgendwie den zusätzlichen Reisestress. Da haben die Bayern übrigens auch keinen Bock. Auch die viele Bayern-Fans, ja, die hier die Tickets jetzt gegen Real, die gehen schnell weg, aber so gegen die Eintracht, na gut, ob ich jetzt mal wieder einen 4-0 oder einen 3-0 sehen will als Bayern-Fan. Da gibt es auch den Die-Hard-Candy voll Bock haben, aber da gibt es auch viele Operettenpublikum, die sagen, ach, soll ich jetzt das Geld lieber dafür ausgeben? Da könnte ich mir aber auch jetzt noch ein Kaviar leisten. So, weißt du? Ja, ja, das ist das eine und die Frage ist halt auch wirklich, nehmen sie die Eintracht in dieser Konstellation zwischen diesen beiden Champions-League-Spielen überhaupt als Gegner irgendwie ernst? Ich glaube es, ich glaube es fast nicht. Ich denke zwar, dass der Don Jupp, ja, der Don Jupp, so lange im Kampion, nein, Spaß. So eine Tidmopp, lieber Marvin, das war nicht der Jupp reingesst. Das war nicht der Jupp reingesst. Ich glaube schon, dass der Don Jupp, also die schon darauf dahingehend anhalten wird, das alles ernst zu nehmen, ja, aber ich glaube, da sind diese paar Prozent, die im Kopf dich schon zurückhalten, weil du dich natürlich nicht gegen die Eintracht verletzen willst, wenn du dann eine Woche später, wie, da geht es ja dann auch um alles, das ist ja ein Rückspiel und so weiter und so fort, die werden jetzt sich nicht 3-0 abschlachten lassen von Real, das wird eine enge Partie jetzt übermorgen und dann geht alles dann nächste Woche und dann geht es schon im Kopf, gehen die Lampen an, oh scheiße, was mache ich denn jetzt und so weiter und so fort. Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Das eine ist das, was Don Jupp irgendwie denkt und sagt und das andere ist, was dann solche an totaler Selbstüberschätzung leidenden Persönlichkeiten wie ein Müller, ein Robben, ein Ribéry oder sonst irgendwie denken, wenn sie mittwochs gegen Ronaldo, Ramos und was weiß ich wen gespielt haben und dann am Samstag gegen Haller, das wollte ich gerade Hasebe sagen, aber der ist ja gar nicht, Mascarell und Fahlett spielen. Also das ist halt schon für die, da kannst du denen erzählen, was du willst, ich glaube nicht, dass sie das als Konkurrent sehen. Und das könnte ein großer... Die Sache ist aber trotzdem, selbst diese Bayern, wie ihr es gesagt habt, die wahrscheinlich nie, natürlich nicht mit 100% spielen werden, haben aber trotzdem dann Leute drin, die es tun werden, weil Sandro Wagner wahrscheinlich gegen Real überhaupt gar keinen nicht spielen wird. Der spielt dann gegen die Eintracht und will vier Tore schießen und das hat in Hannover auch gereicht. Also die Eintracht, die gegen Jetta gespielt hat, die wird dort trotzdem baden gehen, selbst wenn die nur mit der D11 spielen und da gar keine Einstellung haben. Und aber die, also eine Eintracht, eine absolute Eintracht auf den Peak, könnte da tatsächlich dann vielleicht was holen. Nur haben wir die ja gerade auch nicht. Also wir haben ja diese Verletzten und ich bin da bei Marvin, wenn Boateng gerade so wieder fit wird, würde ich ihn nochmal draußen lassen. Also da, da müsste schon einiges zusammenkommen, wenn wir da was holen und da können wir auf keinen Fall was einplanen. Ich fände es nur wichtig, was der Marvin gesagt hat, dass man sieht, dass die Befürchtungen, die ich jetzt habe, dass die zumindest nicht eintreten und dass man da völlig auseinander bricht. Also dass man da, keine Ahnung, am Ende verliert der Eintracht 6-0 oder was. Und dann hast du nämlich die, dadurch, dass du dann 6-0 in München verließ, hast du dir schon die ersten 15 Minuten gegen den HSV selber versaut, weil du dann selber verunsichert bist und denkst, okay, heute ist das Spiel, wo wir die ganze Saison einreißen, weil auf Schalke können wir auch keine Punkte einplanen und gucken, was die anderen machen. Das ist. Naja, du hast halt auch noch den Faktor, dadurch, dass das ja in der Tabellensituation gerade alles halt auch so fürchterlich eng beieinander ist, ist eventuell auch das Torverhältnis am Ende das, was dann auch über den einen oder anderen Platz entscheiden kann. Eben, und das ist das, was ich vorhin meinte. Gladbach hat nämlich noch ein schlechteres, aber nicht, dass das nach München anders aussieht. Ja, wenn wir noch so ein paar 3-0er oder irgendwas hinlegen, dann ist das halt auch schnell wieder aufgeholt. Ja, genau. Das ist es halt. Also ich meine, es ist auf der einen Seite auch so, wie was du gesagt hast, dass du halt viele hast, die auch von hinten kommen bei den Bayern und mit den Hufen scharren und sorry, ich muss jetzt wieder ernst bleiben. Ja, die mit den Hufen scharren natürlich auch jetzt hier sich in den Vordergrund spielen wollen. Ja, du hast ja, wie gesagt, es gibt ja viele, ja, der Wagner, der wird uns wieder ein paar Tore einschränken wollen. Das ist ganz klar, ja. Der nächste Part. Ja, aber das ist halt so ein Feierabendgesicht, dem muss man halt auch mal ein bisschen auf den Füßen stehen. Der wäre aber auch der optimale Kandidat, um auch selber mal auszurasten. Aber wie gesagt, da müssen, wir müssen halt sehr, sehr körperlich agieren und müssen schauen, dass wir diesen Leuten irgendwie auch da mal ein bisschen Paroli bieten. Je nachdem, scheißegal, wie das dann ausgeht, mit ganz viel Glück holen wir da lustigerweise einen Punkt, was weiß ich, keine Ahnung, wie das passieren soll. Aber meine Güte, da steht auch dieser scheiß Ulreich im Tor. Der könnte allein, der könnte allein, allein mal der, der Allerg, könnte sich da mal einfach durch den Strafraum boxen. Wo ist das Problem? Einfach mal zeigen, nee, Ulreich, du spielst bei einem tollen Team, bist du aber trotzdem immer noch eine ziemliche Pfeife. Ja, also diese, ich habe auch sowieso keinen Bock vor dieser absoluten Hörigkeit, als wäre das hier in der Weltmannschaft. Die lassen sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch auseinandernehmen gegen Real, spätestens im Rückspiel. Und dann, dann heißt es, nix, triple, nix, triple, ja, gibt keinen Triple, kannst vergessen. Und dann, dann ist sowieso die schwierige Situation, ob es dann für uns darum geht, dass es, dass sie wahrscheinlich frustrierter sind, weil sie eh nicht ins Finale gekommen sind, oder ob es dann eh bei einem Titel bleibt. Ich weiß auch gar nicht, was für uns die bessere Sache wäre, ob die in der Nähe zum Triple, ob die da motivierter werden oder ob es der DFB-Pokal wieder nur ein Trostpreis wäre, weiß ich nicht genau. Schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ich glaube schon, also meiner Wahrnehmung nach ist das für die schon wichtig, also nicht als alleiniges, sondern schon eher so als Gesamtes. Das will man dann aber auch noch haben, glaube ich. Ja, ja, aber ich, hört sich ja toll an. Ja, aber ich denke, dass die Leute, ich denke fast, dass die Bayern, Champions League Finale ist ja danach. Also wenn die Konzellation jetzt andersrum wäre, dass sie erst die Champions League hätten und da nicht gewinnen würden im Finale, dann wäre, glaube ich, schon so Pokal das, wo man sagen würde, das darf man jetzt auf keinen Fall. Aber dadurch, dass du davor bist, würde ich jetzt mal so ganz, ohne es jetzt belegen zu können, behaupten, das Champions League Finale ist jetzt erst mal wichtiger und dann ist man da jetzt gedanklich auch vielleicht schon eher näher dran und dann ist halt der Pokal eher so der Trostpreis. Den nimmt man gerne mit, damit man alles drei hat, aber wenn es da jetzt nicht funktioniert, dann ist es vielleicht jetzt auch eher so, ne. Kann man so oder so sehen? Ich sehe es fast gar nicht so. Ich glaube, weil die Geiligkeit zu sehen, wir sind allen, wir haben die Meisterschaft und haben die Chance, in zwei Finals die absolute, das absolute Ding zu holen mit dem Triple. Ich glaube, die beflügelt die noch mehr, als wenn sie im Halbfinale ausgeschieden sind, teilweise vielleicht auch eher Wunden lecken und dann irgendwie sehen, naja, der DFB-Pokalfinale, naja, gut so. Ich glaube vielleicht, aber das kann man so oder so sehen. Ich bin auch kein, bin auch kein Sportpsychologe und weiß es nicht genau einzuschätzen. Ist schwierig, ist schwierig, aber naja, jetzt spielen wir erst mal in der Liga gegen die. Genau, und da müssen wir natürlich dann jetzt auch mal den Tipperino machen und Elbasti darf hier den Reigen eröffnen. Ja, das ist 3-0 für Bayern. ganz solide. Marvin? Tja, ich muss halt wieder, ich muss wieder die Logik ausschalten, um hier zu irgendwas zu kommen und sage dementsprechend, ich weiß nicht, wie das passieren soll, aber 1-1. Okay, ich bin nicht ganz so optimistisch mit der Marvin, deswegen sage ich 0-0. Wäre jetzt auch nicht so, war jetzt auch nicht so tragisch. Ja, glaube ich auch. Könnte man sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen leben. Und selbst wenn wir keinen Punkt holen und es so ausgeht wie Basti, dann wenigstens ein schönes Spiel und die so ein bisschen ärgern, das... Ich will kein schönes Spiel, ich will ein brutales Spiel. Okay, ein schön brutales Spiel. Ja, es tut mir leid, liebe Bayern, aber ich will einfach, dass die Mannschaft zeigt, dass da noch ein bisschen Biss da ist, egal wie das läuft und vielleicht gerne auch mit einer zweiten Garde, Garde, wo sich halt jemand wie Stendera versucht, ins Team zurückzukrallen. Ja, ich will das sehen. Ja, das ist das, was wir eigentlich nur erwarten können, wenn wir gegen die Bayern spielen. Ja, und ich weiß, dass die Bayern eine absolute Dominanz in spielerischer Hinsicht haben, die uns im Längen voraus sind. Aber es gibt Tage, da kann das auch mal ein bisschen irrelevant sein, gerade wenn so eine Mannschaft zwischen zwei sehr, sehr wichtigen Spielen steht. Und das will ich, dass die Eintracht das herauskitzelt. Und ich glaube, es ist auch für Kovac wichtig, zu zeigen, dass er vielleicht hier einen Kniff rausholen kann und vielleicht auch mal zeigt, naja, ich weiß schon, wie man gegen die Bayern so ein bisschen bestehen könnte. Ja, guter Punkt. Kann natürlich dann auch nochmal so ein Ankerpunkt sein oder so ein Ausrufezeichen, was er da setzen will. Ich weiß, der kann ja auch im Endeffekt, der steht ja nicht selber auf dem Platz. Aber wenn immer darüber gesprochen wird, naja, er hat das Bayern-Gen, dann muss er aber auch selber das Bayern-Gen mal gegen die Bayern anwenden und muss sehen, wie man halt jemanden vielleicht auch mal auscoacht. Weil wie ist es, wie scheiße ist es denn für jemanden, da kann er ja auch, es steht ja nicht auf dem Platz, aber ist ja auch scheiße für ihn, wenn er dann 0,6 einer auf den Latz bekommt und wird dann neuer Trainer der Bayern. Das sieht halt auch scheiße aus. Ja, das ist richtig. This is true. Das gibt es mal auch die Hassfiguren, Bratzo und Uli, da ran, halt den Kasten, werde bis zum Ende dieser Saison nicht mehr auffallen. Das tut nicht. Da haben wir den einen oder anderen nachher noch in unseren Dummschwätzern, aber vorher kommen wir jetzt mal auf das Aktuelle und eine frohe Kunde aus dem Chat, die geschrieben wurde, ich habe es jetzt noch nicht verifizieren können, Thorsten Fink ist vom Trainermarkt weg und kommt damit schon mal nicht zu uns. Oh, was ist los? Wo ist der hin? Das habe ich noch nicht gesehen, ich habe nur gerade eben den Ah, GC, Grassobos Zürich. Ja, kann er gerne tun. Wow, okay, naja, also der wechselt auch schön fleißig rum. Naja. Hauptsache, Hauptsache nicht zu uns. Naja, also so modisch würde er sich ganz gut in Frankfurt sehen lassen, aber alles andere halt, ne, schwierig. Aber gut, naja, gut. ist glaube ich nicht unser Anspruch für für den Trainer. Der Toddy ist jetzt gut bei einen Gras, aber ist wirklich aufgehoben, auch super. Genau. Dann eine weitere frohe Kunde, die man vorhin noch lesen konnte, und zwar die Eintracht hat ihr Eigenkapital um 15 Millionen Euro erhöht. Herr Marvin, Sie als alter Börsenfachmann können doch vielleicht mal kurz erklären, was ist denn ein Eigenkapital? Na gut, Eigenkapital ist ja im Endeffekt nur das, was ich auf der Kasse habe, oder? Also ich bin wirklich kein Börsenexperte. Finde diese ganze Ankündigung beziehungsweise die Aussage auch ein bisschen nebulös, dass dann irgendwie die ganzen Freunde der Eintracht Frankfurt AG, ne, warte mal, als neuer Aktionär hat die Freunde des Adlers GmbH. Genau, hat die Aktien, hat 18,55 Prozent der Aktien von der bisherigen Gesellschaft Freunde der Eintracht Frankfurt AG erworben. Also das sind im Prinzip Gesellschaften, die sich da gegründet haben, wo Menschen mit ihrem Privatvermögen drinstecken, die aber halt einfach nicht als Einzelinvestor sichtbar sein wollen, sondern sich quasi in so einer GmbH oder irgendwas verliebt haben. Und die haben einfach ein bisschen mehr Geld da reingesteckt im Endeffekt. Die einen haben halt quasi von den anderen welche abgekauft, zu einem ganz ordentlichen Preis und das spült der Eintracht 15 Millionen in die Kasse. Eigenkapital ist übrigens der positive Wert in einer Bilanz, der nicht zurückgezahlt werden muss. Naja, das ist immer kein Fremdkapital ist quasi ein Reihenvermögen, um das mal hier zu verifachen. Das ist quasi ein Reihenvermögen, würde ich sagen, um das ein bisschen zu vereinfachen. Richtig, du hast die Wikipedia gerade offen, sehr gut. Ich habe das mal selbst gewusst. Ja, okay. also wir haben 15 Millionen in der Kasse, die auch für sportliche Belange, sprich für Mannschaftsaufbau investiert werden sollen. Das heißt, auf gut Deutsch shoppen. 15 Millionen Euro, die haben das nicht so groß gelabert, wen interessiert das? Naja, da kriegst du jetzt wahrscheinlich so ein, ja, der Preis dürfte ein bisschen gesunken sein, da kriegst du ein Modest und dann hast du noch ein bisschen was für die Kirmes übrig. Ja, Leute, wir brauchen uns nichts vor, mit 15 Millionen Euro kommen wir auch nicht viel weiter. Also das hört sich toll an, aber... Naja, aber wir hatten letzte Woche ja noch drüber gesprochen, dass es eventuell eine Kaufoption für einen Jovic gibt, die ja dann doch 6 Millionen sind und da war ja auch die Aussage, naja, dafür brauchen wir erstmal die Kohle, die ist jetzt da. Die war auch schon vorher da. Also wenn du Jovic, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass Jovic 6 Millionen Euro kostet, dann würde ich das auch jetzt schon machen im Sommer, bevor einem jemand was anderes einfällt. Ja gut, aber dann gibst du Jovic, dann musst du das Gehalt zahlen, dann sind die 15 Millionen schon wieder weg. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber dann hast du das Transferbudget, was für die Saison 18, 19 eingeplant ist, halt immer noch und hast halt trotzdem einfach auch einen guten Spieler, der eine Wertsteigerung erfolgen kann, halt auch schon verpflichtet. Ich bin sehr, sehr gespannt, was im Sommer passiert. Ich glaube aber, das wird auf der Transfer-Erlösseite bestimmt auch noch was dazukommen. Müssen wir mal schauen, der neue Coach bringt dann auch neue Ideen mit. Eigentlich nervt es mich, eigentlich hätte ich mir echt gewünscht, dass Kovac bleibt. Also ich hätte eigentlich gedacht, wenn du auf dem Fundament, was wir diese Saison hatten, dann hättest du es nicht so kaputt gemacht am Ende. Da hätte die Menschheit auch nächstes Jahr echt eine Geile sein können, jetzt weiß man es nicht, jetzt ist alles wieder neu. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, hab mich da auch irgendwie noch gar nicht mit beschäftigt, zu denken, wer könnte jetzt kommen und wer wann wie. Von daher werden sie erleben. Also ich weiß nicht, ist glaube ich auch noch zu früh, da sollte die Eintracht jetzt auch selber noch nicht großartig drüber nachdenken. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, egal wie es jetzt irgendwie weiterläuft, wenn du jetzt das Geld dahingehend investierst, dass du einen Spieler, von dem du weißt, dass er gut ins Konzept passt, wie Jobitsch, fest verpflichtest, ist das auf jeden Fall eine gute Anlage. Vielleicht sollte die Eintracht genau das mit dem Geld machen. Wenn da noch ein bisschen was übrig bleibt, würde ich das eher in infrastrukturelle Situationen stecken. Das heißt dann vielleicht mal sagen, okay, wir müssen eh, also auch die, der Bereich, im Riederwald wird eh ausgebaut. Ja, wird auch gerade im Chat geschrieben, neue Geschäftsstelle und so weiter, muss ja auch finanziert werden. Genau, solche Dinge musst du machen, das stehen auch, das Ganze muss ja auch in den Stand gehalten werden, vielleicht habe ich auch eine neue Rasenheizung, keine Ahnung, also jetzt nicht bei der Commerzbank Arena, da würde sich das wieder anders regeln, aber halt auch im Trainingsbereich. Wie gesagt, also da steht viel an, das muss man auch irgendwie gegenfinanzieren und dann ist es ja ganz sinnvoll, wenn man das Geld dann zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, ein Spieler sich dann zu holen, wenn es dann Jovic wäre, wäre ja auch gut, da habe ich eine ganz gute, habe ich zwei gute Sachen gemacht und dann kann ich mal ein restliches Geld, was ich dann vielleicht jetzt noch, je nachdem, ob ich nach Europa fahre oder nicht, noch mal mehr erwirtschafte, ja, stelle ich mich dann halt anders auf. Ja, ist aber halt, ich finde, dass es halt auch gerade jetzt zum Zeitpunkt halt auch wieder so ein Signal ist, so nach dem Motto, okay, wir denken auch jetzt schon über die Zukunft nach, wir planen solide, wir kümmern uns drum, also das ist auch nicht so, oder nicht, es ist ein anderes Bild von der Eintracht im Vergleich zu früher. Ja, ja, klar. Gut, ich glaube, dann haben wir den Punkt auch schon über, es gibt zumindest sonst nichts Aktuelles mehr und dann kommen wir zu unserem Freunden des dumm gesprochenen Wortes. Rumenegel, Rumenegel, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rumenegel, Rumenegel, all night long. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer denn da letzte Woche gewonnen hat und wir müssen natürlich auch sagen, dass die Abstimmung letzte Woche so ein bisschen unfair war in einigen Fällen, weil wir einen Herrn gleich zweimal drauf hatten, nämlich den Herrn Rummenigge, hatten wir zweimal drauf, nämlich einmal für seine Aussage, dass man, dass Bobic ja aufgrund von seinen Aussagen und denen von Uli runtergecoolt wurde, wir erinnern uns noch, und das andere war ja die Aussage, dass man der Eintracht ja nur helfen wollte und niemals jemand von den Bayern etwas an die Presse geben würde und er war eine sehr harte Konkurrenz für sich selbst, er hat nämlich einmal 31 Punkte oder Prozent der Stimmen bekommen und einmal 33,3 Prozent, also er belegt gleichermaßen den ersten und den zweiten Platz, was seinem Emo Was nur wahre Legenden, nur wahre Legenden können sowas ja. Genau, das entspricht ungefähr so der Aufteilung zwischen seinem realen Sein und seinem Ego wahrscheinlich, wobei wir jetzt nicht beurteilen können, welcher Teil davon der größere ist. Gut, und dann schauen wir doch mal, wen wir auf der Nominiertenliste für diese Woche haben, oder sind auch wieder ein paar ganz hervorragende Dinger mit dabei. Den Anfang macht diesmal niemand von Bayern, sondern von einem anderen Lieblingsverein, nämlich von Leipzig, nominiert von unserem Hörer at 97 unterstrich th unterstrich und zwar nominiert er Ralf Hasenhüttl, der nach dem Spiel am Wochenende gesagt hat, wo wohlgemerkt die Zuschauer eine halbe Stunde früher gegangen sind, ich möchte den Charakter der Mannschaft sehen, den Charakter der Zuschauer habe ich heute gesehen. Ja, vielleicht war das ein Diss? Weiß ich nicht. Also das war quasi positiv für die Fans. Das war positiv für die Fans, genau, er hat so verklausuliert, er hat keinen Charakter bei der Mannschaft gesehen, aber die Fans, die waren mit Charakter da. Ich habe auch gehört, der Karpot in irgendeiner Zeitung ein Interview gegeben, wie er denn auf die spontane Idee kam, nach der Niederlage zum Training zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen, das wäre ja ganz toll. Da wurden die da empfangen, allen Laps ist ja alles ganz toll. Ist alles ganz toll, genau. Das ist die neue Fankultur, da freue ich mich doch. Ich bin einfach zu müde, um mich noch darüber aufzunehmen, sondern machen, was sie wollen einfach. Vielleicht. Das Nötel, Alter. Oh je, na gut. Vielleicht reagierst du auf den nächsten etwas besser, den hatten wir noch gar nicht. Nee, ein neuer. Ja, ein ganz neuer, aber auch ein ganz, keiner, der viele Chancen noch haben wird und zwar ist nominiert von Ed Diakinho, der Herr Rutenbeck für seine wunderbare Aussage, dass die Spieler nur weinen, weil sie ja erschöpft sind. Ja gut, bei Rutenbeck ist es auch echt gut, dass er langsam wieder weggeht. Also mein gut. Das ist auch irgendwie sehr strange. Irgendwie hat sich Köln da auch echt so ein Nest. Das war keine besonders stauere Aktion. Wirklich ein Ei ins Nest gesetzt. Ich weiß nicht, ich finde das alles sehr, sehr merkwürdig. Also eher so das, also weiß nicht. Aber es hat auch etwas Gutes, dass er jetzt geht. Basti durfte ja deswegen seinen Antrag für den Brandclub Nationalmannschaft lösen. Hast du dein Willkommensgeschenk da eigentlich schon bekommen? Nee, ist noch nicht gekommen. Kein Live-Auspacken bei 390 bis jetzt? Noch kein Unpacking. Ich habe nun live bei 390 mich im Forum angemeldet und schon die ersten zwei Beiträge der Leute waren so sehr, sehr amüsant. Ja, die Folge habe ich gehört, da muss der Akku dir noch helfen, sich anzumelden. Genau, genau. Hat auch zu einigen Fragen meinerseits. Rotenbeck, ja, ich glaube, ich habe die These aufgestellt, Axel auch, der ja noch näher dran ist, dass mit Feuer, also mit einem richtigen Feuerwehrmann hätte, der FC das vielleicht sogar noch schaffen können. Ja, das glaube ich auch. mit ihm nicht, der hat mal eine sehr merkwürdige Aufstellung manchmal gewählt und ja, keine Ahnung, ist natürlich auch ein undankbarer Job, den er hatte, aber aus der Ferne wirkt er auf mich sehr, sehr merkwürdig und zumindest von ein paar Leuten, die man da kennt, die da ein bisschen näher dran sind, die bestätigen das auch. Ja, gut, ist vielleicht ein, vielleicht ist er ein ganz netter Typ, hat vielleicht aber noch Probleme, uns das mitzuteilen. vielleicht ist er, was soll das diese Aussage? Weißt du, da sind Spieler, die weinen, weil ihnen der Verein am Herzen liegt und die sind jetzt faktisch schon abgestiegen, kann man ja auch so sagen und er hat nichts Besseres zu tun, sagen ja, es war vorher Schöpfung und wir sind ja noch nicht abgestiegen. Ja, Leute, was soll ich als Köln-Fan mit der Aussage anfangen? Besser nix. Da kannst du wahrscheinlich mehr mit der heutigen Meldung anfangen, dass Hector seinen Vertrag bis, was war es, 2023 verlängert? Ich glaube, war 2023, also das hat wesentlich mehr Signalwirkung und finde ich auch eine coole Aktion. Ja, finde ich auf jeden Fall stabil, definitiv. Also Hector scheint ja eh ein ganz korrekter Typ zu sein, hat mir auch gemerkt in seinem emotionalen Ausbruch und ich finde, das ist eine supergeile Angelegenheit, wenn du dann natürlich auch so ein Zeichen setzt, wo du dann aber auch gleichzeitig damit verbindest. Ja, ich bin jetzt da, habe aber auch die Hoffnung und nicht nur die Hoffnung, sondern erwarte auch, dass der Verein ein Team um mich herum aufbaut, was denn in der nächsten Saison wieder nach oben gehen kann. Ich denke, das kann ja das einzige und muss das einzige Ziel sein. Jetzt hast du so einen Ankerpunkt geschaffen, wer weiß, ob sich noch mehrere Leute dem Hector anschließen. Auch ein Timo Horn ist noch nicht sicher weg, würde ich mal meinen. Da müssen ja auch erst mal bessere Vereine kommen, auch wenn die jetzt abgestiegen sind oder so, aber was weiß ich, ich brauche ja nicht zu jedem Lollatsch-Verein gehen. Also und gerade wenn ich dann sage, ich bleibe als starke Juni dann irgendwie auch bestehen, why not? Ja, finde ich extrem gut. Was hat das hier in der Kategorie hier zu suchen, das habe ich nicht verstanden. Was? Wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen von der Rutenbeck-Geschichte. Achso, ich habe gedacht, ich habe jetzt gewartet, bis irgendeiner aus Blödes dazu gesagt war. Ich finde es auch cool. Ich finde es cool, dass er das macht. Ja, sehr gut. Grüße. Und dann haben wir noch eine höhere Nominierung und da haben wir wieder einen unserer All-Time-Favorites und zwar nominiert von Jeboas Zeugen, Freund Uli, der nach dem Spiel am Wochenende gegen Hannover auf die Frage, ob Real denn einen Vorteil im Champions-League-Spiel hat, weil sie ja spielfrei hatten, weil man muss dazu wissen, dass Real nicht ins spanische Pokal Halbfinale, weil sie nicht irgendwie eingezogen ist, jedenfalls da keine Runde weiter, war die Aussage von Uli Hoeneß, wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel, heute war Pause. Ach, ganz Uli Hoeneß, der muss ja auch irgendwann meine Fragen nicht mehr. Noch schöner, finde ich. Ganz trocken, noch schöner, finde ich, wenn man den Artikel Kinder, etwas mehr Seriosität hier bitte, vielleicht hilft das ja mal, das ist gut gemeint, ist der mit ihm, ich weiß es auch nicht, wenn man auf die Eintracht losgehen, dann geht er auf Hannover los, ja warte mal, es wird noch besser, weil wenn man den Artikel noch weiterliest, dann muss er sich ja noch weiter geäußert haben, da ist zwar kein Zitat drin, aber was er damit sagen will, ist klar, und zwar, wo haben wir es? Hoeneß empfindet manches als respektlos, arrogant und überheblich gegenüber dem Gegner und der ganzen Bundesliga. Hey, Moment mal, du voll Trottel sagst, dass ein Spiel gegen Hannover quasi spielfrei ist, weil da ist ja nichts, und dann beschwerst du dich, dass manche Aussagen respektlos gegenüber dem Gegner und der Bundesliga sind. Welche zieht er sich denn? Also, wann hat er das denn gesagt, im weissen Zusammenhang? Im selben, im selben Gespräch. Hä? Ja, genau. Also, Herr Hasebe, wenn Sie mir hier wieder zuhören, bitte da auch einmal noch mal kurz vorbei mit dem Elf. Hä? Aber vielleicht haben wir das dann falsch verstanden, vielleicht hat er dann die Aussage gegen Hannover ironisch gemeint und hat quasi... Also, so viel Ironie traue ich dem Kerl nicht zu. Das finde ich schon ein bisschen strange. Ja. Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Also, ich verstehe auch nicht, warum man solche Menschen immer wieder vor das Mikro zerrt. Aber gut, auf der anderen Seite hätten wir da nichts für unsere Rubriken hier. Also, es ist halt auch sehr Banane. So. Habt ihr noch weitere Nominierte? Nee, ich bin eigentlich schockiert von den Nominierungen. Nein, ich habe niemanden. dieses Mal, diese Woche nicht. Ich muss auch sagen, dass ich ansonsten weitgehend dem Fußball abgeschworen habe. Nach dem Samstag hatte ich keinen Bock mehr. Es hat auch noch gereicht. Geht mir ähnlich. Ich könnte eigentlich nur noch Leute loben, aber das ist jetzt ja auch kein Lob-Podcast. Nee, loben wir mal nicht. Das bringt keine Klicks. Ja, naja. Naja. Nee, gelobt wird nicht. Damit sind auch hier quasi alle Nominierten durch. Vielen Dank für die Einsendungen. Ihr dürft wie immer wieder abstimmen. Im Blog zur aktuellen Folge in den Sendungsnotizen gibt es die Abstimmung und dann könnt ihr bis nächste Woche da wieder teilnehmen und dann werden wir hier wieder feierlich verkünden, wer denn gewonnen hat und weitere Nominierte einsammeln bis dahin. Dann haben wir noch ein paar kleine Empfehlungen. Ich habe hier mal zwei Dinge aufgeschrieben, wir haben es ja letzte Woche schon mal angedeutet und es ist diese Woche aktueller denn je. Morgen haben Basti und ich einen Termin bei den Jungs von Eintracht Fans TV. Das ist, was ich ja letztes Mal schon gesagt habe, die Sendung auf die Donnerstags auf Rhein-Main-TV ausgestrahlt wird, genauer gesagt, diesen Donnerstag 19 Uhr und danach in der Mediathek zu finden ist. Da werden wir mal so ein bisschen über die Eintracht, die Liga und über diesen Podcast hier reden. Also von daher wer uns mal, ich glaube das geht eine knappe Stunde, nicht nur in Ton, sondern auch mit Bild haben will, der kann am Donnerstag Abend mal entweder Rhein-Main-TV einschalten oder danach dort in die Mediathek klicken. Ich werfe den Link zu der Mediathek mal mit in die Sendungsnotizen, dann könnt ihr da reinschauen. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung und zwar gibt es den Sportsmaniac Podcast, der beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema Marketing und Sport und da war jetzt in der letzten Folge jemand von der Eintracht, der was zum Thema der Digitalisierung gesagt hat und das war, da habe ich den Namen schon wieder vergessen, Tim Jäger, genau, Entschuldigung, der ist aus dem Vorstandsbereich, der Eintracht beschäftigt sich dort mit dem Thema digitale Projekte und der hat da so ein bisschen über, ja, das was die Eintracht da gerade macht und die Strategie der Eintracht erzählt, geht eine knappe Dreiviertelstunde, fand ich ganz gut anzuhören und wer noch nicht genug Podcasts hat oder wem noch ein paar Podcasts zu Eintracht wählen, der kann sich da zumindest die letzte Folge mal anhören, ich werfe das auch mal mit in die Shownotes. Ja, ich kann den Rasenfunk empfehlen, habe ich heute direkt mir angehört, als er rauskam, Jonas Friedrich und Klaas Reze zu Gast, ich glaube, allein die, Spricht für sich selbst eigentlich, genau, wollte ich gerade sagen, Jonas Friedrich wahrscheinlich der beste Kommentator aktuell in Deutschland und Klaas Reze, super sympathischer Typ halt auch, muss man auch sagen, Klaas Reze ist halt Klaas Reze, also von Orman da glaube ich nicht viel sagen. Ich fand es super, wie quasi Klaas in der Vorstellung direkt gedisst wird und gleich erst mal so eine Luft nachgesetzt und nach der Mutter kann ich auch direkt wieder gehen. Das hat ihn gleich nochmal sympathischer gemacht, fand ich. Nein, das ist auf jeden Fall ein geiler Typ und ich freue mich, werde ich auf jeden Fall auch noch anhören, das kannst du echt immer machen, ja, nee, super, super. Ja, toll fand ich auch die Aussage von Jonas Friedrich so nach dem, was hat er gesagt, in der Tabelle alles unterhalb der Eintracht hat einfach eine internationale Teilnahme nicht verdient. Ja, ich bin wahrscheinlich hat mich das getriggert, das ist nicht die Empfehlung hier. Das war einfach eine klare Aussage. Tim, der war auch, aber ich will jetzt auch, habt ihr noch Empfehlungen oder habt ihr keine Empfehlungen mehr jetzt? Ich wäre mit meinen durch, El Bastico. Ich habe auch keine mehr. El Bastico. Wow, okay, wow. Wow, gut, dann haben wir die Empfehlungen auch, dann Herr Mabert. Ich würde einfach nochmal mit euch ganz kurz so mal ein bisschen mit der Bundesliga sprechen, so mal ganz kurz, ich weiß, langes Thema. Aber ich meine, der Abstiegskampf nähert sich dem entscheidenden Finale. Wir haben jetzt irgendwie sehr, sehr viele Mannschaften, die sehr, sehr schlecht sind, also mit Wolfsburg, mit Mainz, Freiburg, Hamburger SV. Gut, dort ist jetzt schon abgestiegen. Ich denke, da können wir uns eigentlich alle drauf verständigen. Was meint ihr denn, wen erwischt es denn noch? Boah, das ist eine gute Frage. Also, eigentlich rational betrachtet HSV. Also, ich finde das schon krass, wenn die das noch schaffen würden, kann mir aber auch vorstellen. Ich glaube, dass Mainz, ich glaube schon, dass der HSV tatsächlich die Mainz noch gewollt kann, weil die sind so unglaublich schlecht. ich verstehe es gar nicht, wie die, aber, und, hier ist es sehr interessant. Also, ich sage mal so, es gibt bei mir zwei Ebenen. Wünschen würde ich mir, Köln ist ja eigentlich schon sicher, ich würde mir wünschen, dass Köln Wolfsburg mitnimmt und da HSV-Relegation spielt. Das wäre so mein Wunsch. Ne, dann schaffen die es. Ja, aber ich, also, mir wäre es wichtiger, dass Wolfsburg absteigt, ehrlich gesagt, als HSV. Finde ich cooler. Auf jeden Fall. Das fände ich am allercoolsten. Weil ich glaube, das mit dem HSV, die haben es natürlich verdient. Die haben es natürlich wirklich verdient und irgendwie wartet jeder drauf. Ich glaube aber, dass das dann, dann findet man es kurz irgendwie aus Sensationsgeil cool, aber nächstes Jahr sind dann Köln und Hamburg noch weg und wenn wir Pech haben, keine Ahnung, steigt Kiel und Regensburg steigt noch auf, keine Ahnung. und ja, dann kann ich tatsächlich, wahrscheinlich schaue ich dann wirklich nur noch Eintracht-Spiel und kein einziges anderes Bundesliga-Spiel mehr, weil dann eine Bundesliga voll mit Mannschaften ist, die mich nicht interessieren. Da gibt es ja jetzt schon voll viele. Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich rechne, sagen wir es mal so, ich glaube, dass Köln und Mainz absteigen und HSV eine Relegation spielt. Würde mir aber wünschen, dass Mainz und Wolfsburg hier in Mainz-Szenarien die Rollen tauschen. Ja, ich hatte vor einigen Wochen mal den Tabellenrechner angeschmissen und da war es so, dass Köln und Wolfsburg direkt runtergegangen sind und der HSV tatsächlich bei mir in der Relegation gelandet ist. Das ist aber wie gesagt jetzt auch schon ein paar Wochen her. Realistisch befürchte ich in der Tat, dass Wolfsburg irgendwie ganz duselig den Lucky Punch trifft, also quasi so stolpert und dem Gegner einfach so unglücklich ins Gesicht stolpert, dass es den dann damit ausknockt und es schafft da unten irgendwie nicht mehr reinzurutschen. HSV hatte ich jetzt schon zweimal angedeutet, ist für mich auch irgendwie so der ewig Totgesagte, der da irgendwie wieder rauskommt. Ich befürchte tatsächlich, dass Mainz absteigt und Freiburg die Relegation spielt. Sie betteln halt alle drum, das muss man schon sagen. Also wochenlang spielt Mainz einen furchtbaren Fußball und kriegen nichts auf die Kette. Freiburg hat sich jetzt dazu bemüht, jetzt endlich den HSV wieder nach oben kommen zu lassen. Also die spielen ja auch nicht immer schlecht, aber die haben auch irgendwie eine krasse Ergebniskrise. Wow, es ist schon richtig bitter, was da momentan passiert. Und dann guckst du dir das Opferlamm aus Wolfsburg an und da geht ja eigentlich auch nichts. Also das sind ja alles Mannschaften, die es verdient. Habt ihr diesen Freistoß gesehen, den sie sich da haben, irgendwie reindonnern lassen von Kramer? Also sowas Dilettantisches halt auch. Aber man muss halt trotzdem auch sagen, eigentlich, also die ersten, also 17, 18 steigen ab, aber ganz ehrlich, wenn du in die Relegation kommst, so dramatisch ist jetzt Holstein Kiel auch nicht. Also ob du jetzt Holstein hast oder Regensburg. Nee, das ist, du bist halt als Bundesliga klar der Favorit. Wisst ihr, was eigentlich das Traurigste an dem ganzen Ding ist, mir tut es nicht um die Mannschaften leid, aber mit fast jedem Verein außer Wolfsburg, da hingen halt einfach mittlerweile so viele nette Menschen dran, die man da jetzt irgendwie kennengelernt hat. Und wir hatten ja die Erfahrung vor zwei Jahren, wie das ist, Relegation zu spielen und da quasi so auf den letzten Meter mit der letzten Puste da irgendwie durchzugehen. Und das wünschst du irgendwie keinem und den direkten Abstieg schon mal irgendwie gar nicht. Es liegt einfach nur an den Menschen und nicht, weil ich die Vereine in der Bundesliga unbedingt sehen will. Das macht es so schwierig einfach. Ja, aber das hast du ja schon, da hast du ja eigentlich deine eigenen Aussage beantwortet, dann soll halt Wolfsburg absteigen, da tut es mir für niemanden leid. Ja, Wolfsburg kann weg, Bremen kann auch im Prinzip weg. Bremen? Ja, nein, jetzt wenn man mal an die Menschen denkt, wenn man an die Vereine denkt, wo Menschen sind, die irgendwie keinen interessieren. Oh, was? Oh, René mit so einer Vendetta gegen Bremen. Challenge accepted. Eben. Da wird sich bestimmt der eine oder andere pöbelnde Bremer zu Wort melden. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube auch zum Beispiel die Wortpiratin größer an der Stelle wird einsehen, dass das für Mainz nicht reichen wird wahrscheinlich. Es ist halt echt krass, wenn du überlegst, wie eng die Tabelle an so verschiedenen Stellen einfach gerade nach wie vor noch ist. Ja, aber das ist auch, den habe ich bei den Dummschwitzern vergessen. Maxi Arnold hat sich geäußert, das war tatsächlich eine Schlagzeile wert beziehungsweise die Headline von dem Interview. Der Finity ist total verrückt, dass es drei Mannschaften mit 30 Punkten gibt. Das ist ja Wahnsinn hier, das ist ja total verrückt hier, das ist ja Wahnsinn, das ist ja krank hier. Wo ich mir gedacht habe, was macht der denn, wenn er sich die Zweitliga-Tabelle anschaut, wo zwischenzeitlich 28.000, nee, das ist jetzt auch kein unfassbarer Dummschitzel. Ich weiß nicht, dieser Abstiegskampf, das ist wie so viele, du hast irgendwie das Gefühl, die kommen alle nicht voran und dass Freiburg da nochmal reinklatscht, ist auch krass irgendwie, weil die waren ja teilweise schon ein bisschen weiter weg. Ja, und der HSV ist, der HSV, die Schlange ist nicht tot zu kriegen, da wächst immer an anderer Stelle ein neuer Kopf nach und ich bin, das Restprogramm von denen, bei denen kannst du dir halt wirklich auch vorstellen, dass die alle drei Spiele noch gewinnen. Also da ist keins dabei, wo ich sage, das gewinnen die auf keinen Fall. Die spielen in Wolfsburg, in Frankfurt und zu Hause gegen Gladbach. Wenn sie das Wunder schafft. Ah, gegen Wolfsburg, dann nehmen sie sich da die Punkte weg, dann spielen sie bei uns, ja, stimmt. Aber andererseits kann es also trotzdem sein, dass sie nach dem nächsten Spieltag eigentlich schon weg sind. Und das ist das, was ich da, wo ich meine, das eine wäre natürlich eine Sensationsding, was man sich dann halt auch wieder irgendwie vorstellen kann, weil es krass wäre, aber nüchtern betrachtet, wenn ich als Vorfeld wäre, würde es mir nicht so gut gehen, weil ich denke, wie du am Abend sagst, es kann auch sein, dass die nächsten Spieler schon weg sind. Also dann. Freiburg muss gewinnen, wenn Mainz auch gewinnt oder sogar nur unentschieden spielt und Wolfsburg und der HSV verliert, was ja auch nicht unrealistisch ist, weil, wie gesagt, Wolfsburg spielt ja gegen HSV. Wir spielen gegeneinander. Ja gut, Freiburg spielt halt gegen Köln. Das ist eigentlich jetzt auch wieder Ergebnis offen. Freiburg muss die Punkte holen. Ja. Köln kann wahrscheinlich auch sagen, so von wegen, wir sind durch. Ja, im negativen Sinne richtig. also da, das ist halt auch wieder so ein unberechenbar, wie hat der Tobi Escher das so schön geschrieben, die Bundesliga ist momentan untippbar. Also du kannst einfach keinen vernünftigen Ergebnistipp abgeben. Klar, hängt auch damit zusammen, dass alle Mannschaften eigentlich irgendwie außer den, ja, außer der ersten, außer Bayern irgendwie chronisch inkonstant und eigentlich auch relativ kacke sind. Ja. Naja. Spieltag danach spielt Wolfsburg gegen Leipzig, Freiburg muss gegen Gladbach ran, der HSV, wie gesagt, bei uns. Mainz gegen Dortmund. Ich will eigentlich, ehrlich gesagt, ja, wie gesagt, tut mir vielleicht ein bisschen leid, aber aus Eintracht-Sicht würde ich mir einfach wünschen, dass der HSV jetzt nächste Woche absteigt und dass da der Käser gegessen ist und dass die dann zur Eintracht fahren und eigentlich nichts mehr zu holen haben. Das würde ich relativ gut finden. Jetzt, wenn wir uns mal die Zweitliga, wir haben ja uns aktuell nicht mehr ganz so viel mit zu tun, aber was ja auch krass ist, wenn du lauter anguckst, für die ist eigentlich die Messe auch so gut wie gelesen, also die so richtig, also die, man könnte maximal in eine Relegation kommen, aber da glaubt ja auch keiner mehr dran. Auch krass war es aus Laudern geworden, das ist eine Mannschaft, die vor sehr langer Zeit mal Meister geworden ist und dann runtergereicht wurde durch ein jahrelanges Missmanagement. Da gab es dann auch so lustige Spaßvögel wie ein Kunz, ja, da gab es so absolute fürchterliche Trainer, die die an der Reihe hatten, also richtig viel Scheiße. Ja, und jetzt geht es in die Dritte Liga, ne? Auch krass. Ja, das finde ich auch ein bisschen traurig bei allem Hass, weil eigentlich ist Lautern ein Hassfeind gewesen, aber bei, also bei aller Rivalität mittlerweile durch diese ganzen unattraktiven Vereine fühlt man sich ja eigentlich schon fast solidarisch mit den Vereinen wie Hamburg, Lautern, bla, 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 wo du das Gefühl hast, wenn die gegen uns spielen würden, dann würden die wenigstens noch über 5000 Leute mitbringen. Das ist ja mittlerweile tatsächlich so, mir ist mittlerweile wirklich, mir wäre Lautern tatsächlich tausendmal lieber als Wolfsburg in der Bundesliga und das so krass ist, wie die abkacken, ist schon echt über Mitleid, Mitleid nach Lautern senden, das können die, glaube ich, aus Frankfurt auch nicht gebrauchen, deswegen echt üble Situation, aber wenn wir schon so ein bisschen hier so einen kleinen Bundspotpourri aufgemacht haben, Glückwunsch nach Magdeburg auf jeden Fall. Oh ja. Aufstieg zweite Liga, geile Fanszene, Grüße. Ja. Ja, das sehen wir die. Ich bin gespannt. Ja, da wächst wenigstens was anderes nach, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, wie das dann so wird. Paderborn auch wieder in der zweiten Liga, die wird man ja auch nicht so schnell los. Insofern, naja, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich bin nur froh, dass wir nicht so ganz intensiv auf die zweite Liga aktuell gucken müssen und vielleicht immer noch den ein oder anderen verwegenden Blick darauf werfen, dass wir die Tabellensituation auf Platz sieben einigermaßen beibehalten. Na gut. Schön wär's. Das ist jetzt wirklich das, worauf es jetzt in den letzten, nächsten drei Wochen ankommt. Oder dreieinhalb. Oder ein bisschen mehr noch. Wir haben ja erst Montag. Ihr wisst schon, was ich meine. Die nächsten drei Spieltage stehen unter, ja, wie wollen wir es nennen, unser Motto? Wollen wir uns ein Motto ausdenken für die letzten drei Spiele? Platz sieben. Ja. Platz sieben hier geblieben. Ja, ich hätte jetzt an Lucky Seven gedacht, aber... Lucky Number Seven, ja. Lucky Number Seven, 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 Irgend sowas, keine Ahnung. Lucky Number Seven. 3-7-9-Spinkersino. Ja. Also wir werden das noch Hashtagisieren und dann läuft's. Hashtagisieren. Der Marvin, unser Social Media Guru, wird sich eine Hashtag-Kampagne ausdenken und wird die... Er tracht auf Platz sieben tragen. Ja, hervorragend. Ich gebe schon noch irgendwie hin. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu sehr früh in dieser Woche. Wie gesagt, morgen großer Aufnahmetermin für uns an anderer Stelle. Donnerstag alle Rhein-Main-TV einschalten und ansonsten melden wir uns in der nächsten Woche wieder. Wahrscheinlich wieder zu einem geänderten Termin. Wann und wie genau das teilen wir uns euch noch mit. Hauptsache, wir sind da. Haltet euch mal einfach auf jeden Fall mal die Social Media im Auge. Bei mir fängt jetzt hier schon der Sprachkarriere an. Das ist ein gutes Zeichen, dafür aufzuhören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende und bis zur nächsten Woche. Macht's gut! Lal tipptet die Frauen kommen! Hallo! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.